Also Leute, das ist richtig kriminell. Ich bin gerade volle Kanne von einer Rakete in den Mund getroffen worden. Mein T-Shirt ist angebrannt. Und schau mal, die fliegen halt auch einfach mal oben drüber direkt zu den Leuten hin. Also ich meine, ist schon geil und so, aber das ist halt, ähm, ja, schon heftig. Was ist hier? Also, es ist schon cool. Also, es ist schon geil. Also, es ist schon kriminell. Und die Bieste verfolgen einen halt auch, ne? Also, es ist schon so... Boah, krass. Boah, krass. Boah, krass. Das ist so großartig. Alter! Alter! Hier, 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 hier! Asperger, die machen das extra, das rüberfliegen. Alter! Also das ist schon kriminell. Das ist schon kriminell. Ich bin eine Hände in der Vergangenheit. Ich habe keinen Handelsen mit belastet, und das ist schon kriminell. Das ist ja Kriminell. Aber, danke! Hala, 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 Hala. Hala, 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 Hala. Hala, 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 Hala. Hala, 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 Hala. Hala, Hala, Hala. Hala, 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 Hala. Hala, Hala. Hala, Hala.